Ja, zack also, wer sag's denn? Außer ihr in dem Jett, ja gut. Oh shit. Uff, good game. Aber sorry, trotzdem. Oh Gott, ich muss die Rod treffen. Er ist gar nicht mal so schlecht für seine 350 Punkte. So. Das ist mal ne Runde. Das wäre jetzt auch nicht besonders gut, aber effektiv. Der Typ ist echt nicht mehr schlecht. Da unten ist er. Er hat gut gekämpft. Wow. Der ist doch nicht letztendlich, das ist mal im Ernst. Er ist down. Ja. Bum, schnell bevor die Zeit abläuft. Okay, good game. Komische Runde. Vor allem komische Staffmatch. Komisch wie hoch. Oh, das ist er ja. Oh, hier ist meine Chance. Einen Bogen rausholen. Einer starker. Okay. Oh Gott. Es tut mir mega leid, das war so asozial gespielt. Was soll ich machen? Der hat mir sonst bekommen. Ich hätte normal keine Chance gegen ihn gehabt. Was soll ich mit Goldbrustpanzern anfangen? Einer würde das auch tun. Der hat ne Angel. Heckt ja? Ich glaube, der hat Anja-Typ. Ist er down. Dankeschön. Da kommt schon der nächste an. Hast du ein Schwert? Hext aber auch rein. Okay, down. Oh, ein Feuerzeug. Und zwei Hacker tot. Besser geht's ja nicht. Der sieht legit aus. Er ist auch legit. Er hat auch keinen Staff. Ah, das ist ein Team. Oder wie? Ist das ein Team? Oh, mate. Gönn dir. Mein Mate holt sich den. Hol ich mir einen anderen. Er ist ein Team. Okay. Okay, perfekt. Sehr gut. Hacker kommt. Hacker kommt. Achtung, Achtung. Rennst. Mate nicht raufgehen. Du Gott, es will ein Mate. Jawohl. Hacker ist tot. Der Mate ist genial gewesen. Ach, schade. Rest in peace. Das ist verwirrt. So, da kommt schon der erste an. Moin. Als ob du kämpfen möchtest. Mit deinem schlechten Staff. Na ja, gut. Okay. Deine Entscheidung. Wer kämpft hier gegen wen? Ah, das ist Team. Okay. Verfehlt? Echt? Na gut. Ich gucke mal, dass ich dem Solo-Typ mir ein bisschen helfe. Oh, der ist gleich low. Äh, gleich low, ja. Er ist gleich down. Er ist down. Auch down. Okay, der ist fair. Gut. So, der hat genau das, was ich brauche. Und der hat, soweit ich's beurteilen kann, dass mal keiner angelt. Das ist super. Oh, alter. Uff. Good fight. Alter. Puh. Ich mach ganz gut Damage bisher. Ja, es hat ja einen guten Schark gegeben. Was? Was? Oh mein Gott. Wow, was? Als ob ich das gewonnen habe. Oh, als ob. Ich glaube, er hat sogar einen Cape. Oh, Achtung. Okay, gut. Kein Problem. Jetzt ging es doch relativ solide. Sehr gut. Okay. Ist es ein Team oder nicht? Ich glaube, es ist ein Team. Okay, ist down. Boah, alter Alphanten rasiert. Good game. Oha.